Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute auf meinem Kanal. Heute seht ihr was wir machen. FIFA in Mayo Part 3. Wir spielen heute Rüdiger, also Real Madrid, gegen Barcelona. Ohne Bellingham noch. Wir spielen das Spiel. Danke Moritz. Moritz hat mich hinter der Kamera. Danke für den tollen Support. Danke Jungs. Moritz sieht mich auslachen, aber... Warte. Ich kann selber kein FIFA. Aber du spielst Berlin. Nein. Genau Scheiße. Ist gut. Nein, Scheiße. Go. Okay. Wir haben heute die Erzrivalen Barcelona und Real Madrid. Moritz, du bist Kommentator. Okay. Gut. Philipp spielt Real Madrid. Also weiß. Also ja. Er spielt Legende. Das bedeutet, das wird ein bisschen schwierig für ihn. Nein, eigentlich nicht. Real Madrid, Digi. Gut. Die Verteidiger spielen von hinten raus. Ich muss atmen, deswegen wackelt es ein bisschen. Schaut er den Ball. Da geht er vorbei. Oh. Trick. Sehr schön. Ah, und faul. Die Gegner haben den Ball. Natürlich kein Foul. Aber ich soll Rüdiger nennen. Verzeihung mit. Alaba. Da geht er durch. Da geht er durch. Und da ist es doch ein Abstoß. Ein Abstoß. Gut war ein Gefühl. Drei Meter groß. Gegensatz zu Rüdiger. Grüße geht raus, Rüdiger, wenn du dieses Video siehst. Wird er hundertprozentig sehen. Ja. Komm, bitte macht dieses Video viral. Bitte. Kommt. Und? Boah, knapp, Mann. Ich fühl mich verarscht. Ich fühl mich verarscht. Ich fühl mich verarscht. Man sieht sein Gesicht sehr schön. Was weiß ich noch? Denn ich bin wieder Sommer. Komm. Komm. Ah, nee. Warte mal. Kommt bei dir ein Torpito. Dein Nasskofi ist klar. Okay. Grüße geht raus an Gunz. Oder Benzema. Benzema auch. Groß. Alle Spieler, die bei Real Madrid spielen. Grüße geht raus. Keiner kann von denen deutsch, aber okay. Aus Rüdiger. Groß. Alaba. Ho. Ho. Und da ist der Schuss. Ho. Ich fühl mich verarscht. Ich fühl mich verarscht. I see me rolling. Hey, see me rolling. War das jetzt ein Tor? Oh, Pfosten. Nein, das war kein Tor. Pfosten. Alaba hat fast das Tor gemacht. Was tust du? Ich? Nein. Batou. Okay. Grüße geht raus an Batou. Wenn ihr ihn kennt. Er stinkt. Hey, hey. Schau, was für ein Traumpost. So ein Traumpost. Schau, wie drin ist. Da ist Kortois. 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 Kortois ist voll Scherz. Haha. Schau mal in die Kamera kurz. Danke. Denk mal, du hast richtig krass reingesucht. Ja, aber es hat nicht gut geklappt. Wir spielen seit 3 Minuten und 20. Ja, kein Faulhaber. Oh, oh. Und sie hat sich wieder den Baller umgesetzt. Ich bin geschlafen, aber okay. Schau mal kurz in die Kamera. Rüdiger, rostet das. Sahel. Das tut Ohio. Aber es ist ja FIFA in Ohio. Deswegen muss man doch Ohio-mäßig spielen. Warum steht die Wande da, Junge? Das steht sowieso nicht. Geil, der Fernseher. Der Schuss. What the hell? Ich muss den Mühe selbst nicht halten. Meine Oma auch. Meine Oma ist... Seine Oma ist FIFA-Profi. Die war EA Sports-Weltmeisterin. EA Sports-Weltmeisterin. Eine Oma, könnte ich das jetzt vorstellen? Da kommt da der Barcelona-Spieler. Also, Fatih. 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 Ich glaube, das ist Pepsi-Amt, oder? Schaut dieses Video an. Bitte lasst das an, oder? Schaut euch. Geht auf unseren Kanal. Das wäre sein jetzt. Also, mein Kanal. Auf Philipps Kanal. Geht auf Shorts. Und dann dort, wo... Pepsi. Philipp macht einen großen Fehler. Philipp macht einen großen Fehler. Das wird sehr spannend sein. Sehr spannend, ja. Und dann bitte einen Like da lassen. Nein, bei allen Videos, liebe Oma. Bei denen auch, bitte. Das muss viral gehen. Wenn das viral geht, dann mache ich YouTube-Videos. Nein. Dann musst du einen... Dann musst du einen Uwo-Girl. Uwo-Girl? Ja. Naja, ich bin nicht Emily Uwo. Grüße geht raus. Das gibt... So! Was machst du? Schau jetzt mir in die Augen. Nein. Junge, hör auf zu labern. Ich schieße jetzt ein Tor, geh? Mal sehen, ob du wirklich ein Tor schießt. Wir fiebern alle mit. Ich habe heute gefühlt, der in ein paar Monaten nicht gespielt. Aber das war ein Glückstor, muss man sagen. Glückstor, immer Glückstor. Digga, abseits war das. Digga, das war abseits. Digga, mein Bein steht da. Ja, geht dort hin. Kein Abseits. Wallah. Wallah. Da kommt die Flanke. Das ist Emily Wau-Li. Hit me. Grüße geht raus an Philipp. Welchen Philipp? Amadeus Mozart. Nee, nee, nee. Komm, jetzt Teambesprechung. Schau. Schau. Der Ball kommt da hin. Ich muss ihn so reinmachen. Zweitmal. Oder einmal rein rein. Wir machen keine Verlängerung, wenn es um den Chip ausgeht. Scherz. Das ist immer so. Soll ich jetzt Vinicius ausspielen? Jetzt spiele ich mit Vinicius, okay? Ihr wisst, wer schneller ist. Ist OP. Schau, wie OP der ist. Schaut's. Auf einmal auch Rauche ist schneller als Vinicius. Mit den Helden. Schaut bitte Ohio Part 1 und Part 2 an. Moritz, 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 Moritz hat verloren. Aber wie hoch sage ich nicht. Ich kann eben kein FIFA. Junge, du hast Weltklasse gespielt. Nein, du hast Profi gespielt. Was ist Weltklasse? Scheiße. Was ist gerade passiert? Ich spiele Barcelona. Soll ich jetzt ernst spielen? Ja, bitte. Sicher? Sicher. Okay. Gut. Vinicius Junior. Vinicius. Was ist hier draußen? Nein, die Pässe. Nur lachen. Oh, heilachen. Und der Pass war schön für Barcelona. Einfach Traumpassier, wenn gespielt. Die Spiele hat Legende nicht vergessen. Groß hat den Ball hier bei ihm. Vinicius Junior. Und da geht eins aus, bitte mal. Aber das kann ich nicht so viel. Ich mache jetzt einen Wechsel. Militeo. Die Militante Veganerin. Militeo. Militante Veganerin. Wie heißt Militao? Militante. Militante. Au. Halt die Fresse, Frank Buschmann. Wer? Frank Buschmann. Wer hat es fragt? Alaba. Absonst du Alaba? Alaba. Österreich. Bist du für Österreich? Ja. Oder für Deutschland? Österreich. Oh, Österreich. Ich weiß nicht, wie Dislack machen wir in dem. Aber ich stehe für mein Land. Kann er das beenden? Nein, Österreich ist schön. So wie mein Gesicht. Also hässlich. Scherz. Dann ist es euch aber auch hässlich. Wer denn? Und alles, was in Österreich lebt, ist auch hässlich. Das heißt du auch. So nix. Und der Ball war zum Kacken. Da kommt Toni. Toni, mach. Komm, Grüße geht an Toni. Wenn du eine Vorlage machst oder sowas. Früdiger. Wie heißt es? Julia? Julia? Wer bleibt? Er schießt. Er schießt und er... Ich wollte passen. Ich schwöre, ich wollte passen. Er passt zum Tor. Ich sag's, ich wollte jetzt rüber passen. Und? Macht er den Kopf voll? Nein. Ja, was macht das Ding? Da geht 10.000 Meter raus, ne? Du hast noch... 20 Minuten. 20 Minuten? Also Spielminuten. Im Echten sind das wirklich nicht mehr. Drei Minuten wahrscheinlich. Also war... Und ich ist Junior. Man schießt doch! Immer abstoßen, ja. Gering verdient Abilitis. Julia verdient an einem Tag so viel wie du in deinem ganzen Leben bis jetzt. In einer Sekunde verdient ein MAP so viel wie du je verdienen wirst als Kind. Also jetzt... Also jetzt... Brust du dir das? Brust du dir das? Brust du dir das? Yes, yes. Skibidi da. Brust du dir die Ring. Gering Party. Am liebsten Sie der Party. Skibidi, skibidi da. Da ist er im Out, leider. Ich hab noch eine Chance, oder? 10 Minuten ist das Video jetzt schon. Wird Philipp es noch schaffen? Ja. Wir werden sehen. Zwei Frauen von Kisir. Ey, Junge. In 10 Minuten zwei Tore. Los, Nachspielzeit. Kannst du ein bisschen drüber rutschen? Die Fans sehen nichts. Fans. Hät mal jedes gegen uns. Heutzutage ist jeder Barster-Fan. Bin juckt's. Beine. Und da kommt die Ecke. Sehr schöne Ecke. Gut reingebracht. Und kein Schuss. Come on, bingo. Noch einmal eine Ecke. Jetzt hab ich noch eine Chance. Nicht mehr wirklich. Doch. Ich glaube, ich schaff das noch. Glauben. Moritz. Hören Sie mal. Oh. So scheiße. Der Torwart ist legendisch. Das ist unabsichtlich. Schau mir mal. Hä? Hä? Schau mir mal kurz in die Augen. Nein, hör auf in den Scheiß. In welchem Scheiß? Du bist nicht. Nein. Benzema, Benzema. Nehmen wir mal. Nehmen wir mal. Wollern, nehmen wir mal. Zwei Millionen, ein Tor. Ja, 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 ich hab das doch geschossen. Ich, ich, ich. Und Benzema. Gemeinsam. Was hast du denn gemacht? Weiß niemand. Komm. Einmal gib mir den Ball, Tifi. Gib mir den Ball, Tio. Du hast noch. Du hast noch. Nix. Keine Zeit. Du hast noch genau, äh. Es ist noch genau 10 Sekunden gefahren. Hilfst du auch, Schiri. Okay, tschüss, Leute. Das war's mit dem Video. Nehmen wir mal. Schiri, der ist dumm. Der Schiri ist dumm. Er hätte diesen Angriff noch einmal lassen sollen. Dann wäre er drin. Ehrlich. Dann wäre er drin. Dann wäre er drin. Tschüss, Leute, mit dem Video. Ciao, ciao.